So, wir sind hier in der Kirchner, am Sprügerhober. Es ist traumhaft da und wir kämpfen uns jetzt vom Tansien angeschrieben Centoranti. Wir kämpfen uns da jetzt so weit rauf, 1000 Höhenmeter haben wir noch ungefähr und genießen das Panorama, mehr kann man dazu nicht sagen. Danke Martin für das Statement. Weiter. Dann lassen wir ihn rein, schnell ausholen und zu Merkurven. Ganz schwer zu fahren hier. Aus dem Scheitelpunkt wieder raus bis Leulich. Und jetzt wieder. So, Taufe geht's. So, Taufe geht's. So, Taufe geht's.